Haben wir jetzt heute Brokkoli gegönnt? Wisst ihr was mit Brokkoli meint? Ich bin so ein Gangster. Es brennt, es brennt. Achtung, das Brokkoli brennt. Es brennt. Yeah, seht ihr das Feuer? Voll krass, ich bin so ein Gangster. Die Rapper, alle die davon rappen, die haben noch kein Brokkoli gesehen, aber ich seh Brokkoli jeden Tag hier in meiner Haut. Das war's.